herzukommen auf den gast und heute spiel mal wie ihr hier sehen könnt eine runde minecraft insel auf bedrock edition weil die anderen zu arme sind ja nicht ein alles gut nicht jeder hat das geld dazu immer das ist ja auch nicht so ganz so schlimm so es hat sich hier ein paar dinge getan unter anderem ist auch mein schwert kaputt gegangen sowie meine rüstung die ist auch nicht mehr besonders ich kann mir aber auch kein neues machen da gute alte händer kiste nicht bei den kollegen um mor ist eventuell kommt er gleich noch mal online also er schreibt gerade wann denn jetzt ich habe nämlich geschrieben dass ich jetzt online bin und ein video machen und ja da schreibe ich mal kurz so weil er müsste mir eine änderkiste unter anderem ihr seht es hier schon also ihr könnt es halt hier ihr könnt es halt hier schon sehen hier gibt es jetzt nämlich eine straße in unter anderem ist hier auch tatsächlich irgendwie die garage weggebaut worden kommt wahrscheinlich da auf der linken seite oder so ja auf jeden fall ist jetzt hier eine straße das heißt man kann ja ich bin jetzt auch level 23 ja muss ich mal kurz wieder antworten so gut okay ja also hier kommt auf jeden fall noch mehr straße hin wir haben aktuell ein bisschen ressourcen probleme mit dem schwarzen beton denn ihr seht hier auch schon dass es jetzt ein bisschen geändert wurde in anderen ist es jetzt hier praktisch so dass man hier hoch kommt ja da ist er ist gerade online gekommen perfekt ich habe absolut keine ahnung wo der ist und da waren in der man jetzt ist er da unten ja auf jeden fall ist das hier so die minecraft insel jetzt so ein update praktisch hier so wege und da so ein brunnen der ist gerade hin gegangen hier hoch kann nicht kann nicht sind 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 Näh. Warte, ich nehme mein Bett mal mit. Da wäre jetzt auch kein Bock, die tatsächlich zu killen, würde ich sagen. Kann ich hier pinnen? Gut, da pinne ich wohl draußen. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal kurz, hier kommt dann auch noch Straße, Straße, Straße hin. Ja. Ach, egal. So, er will mir, glaube ich, irgendwas zeigen, hat er mir gesagt. Ja, gut. Folgen wir mal ihnen unauffällig. Dauer. Aha, hier hat er einen geheimen Gang gemacht. Mann. Wie geht denn das hier? Muss man hier reiznigen, oder was? Ah ja. Geil. Ja, das hat übrigens der hier gebraucht. Der hat hier irgendwie so einen geheimen Gang gebaut. Ich weiß nicht. Sieht aber eigentlich ganz geil aus. Ich habe den also wirklich gar nicht gesehen, diesen geheimen Gang hier, ne? Kannst du jetzt schwarzen Betonfarm für die Straße? Ja, ich habe Video an. Zur Info, die machen kein YouTube, ne? Ich bin der Einzige praktisch, der hier irgendwie auf der Insel YouTube macht. Ja, fragt mich nicht, warum die kein YouTube machen. Keine Ahnung. So meine Ahnung. Ich will auf jeden Fall irgendwie Level 30 werden. Also Level 32 müsste ich eigentlich werden. Weil ich dann verzaubern kann. Weil ich will hier mal meine Rüstung, also nicht diese Rüstung, sondern meine Nelverweiterüstung farm. Peace. Kann ich selber farm. Aber warte, ich schreib mir doch mal auf. Die gucken auch immer hier meine Minecraft-Wieber. Also meine Minecraft-Insel-Videos gucken die immer. Ja. Ich muss mir auf jeden Fall ein neues Schwert machen, ne? Gegen Glück 3. Ich geh mal hier wieder aus. Wie kommt man hier raus? Oh. Natürlich. Äh. Äh. Ach hier. Äh. Aua. So, warte. Kompliziert. Ja, geil. Geile, geile, interessante Base, was er da gemacht hat. Geile, 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 geile aber also jetzt mal ehrlich wiese ich will hier raus perfekt dann sammle ich jetzt ist natürlich kann wenn ich noch atmen hätte beton ist extrem lebensgefichten lebenswichtige brauchen auch samt wo der pole gefunden kann man ja auch mal mitnehmen ich habe jetzt nicht alles haben mich ein bisschen kies war ich habe irgendwie auch kack also ich habe mir irgendwie auch nix zu tun was ich machen könnte aber wobei was ich mal kurz mache ist ja einmal genau hier ich packe ich mal hierhin damit ich weiß dass aber so heißen farmen für die kühe weil die vermehren wird und da kriege ich nämlich auch dann können wir nämlich ja auch ein bisschen alles war so weiter bauen damit die stadt auch mal weg ich habe die erde weggebracht das wollte ich natürlich nicht so nichts passiert alles hier im grünen bereich damit das ja auch alles schön wechseln ja noch mal ja fast fertig jetzt führt da ich einmal diese guten alten höhe hier und das hier hier bitte sehr hier schön lecker oder für euch wie die alle hier zu mir gelaufen kommen hier ist auch noch mehr xp da ist noch mal ein bisschen hier noch ein bisschen da noch ein bisschen da weiß nicht ob ich mal alle hier ausgewählt habe jetzt kann ich ich kann mal die hier vertreten diese kleinen hier ich habe noch sieben stücken doch einer fehlt noch tatsächlich ja so perfekt soll ich hier einmal xp einsammeln so perfekt ich glaube ich es nicht gut ähm ja sammeln wir mal weiter kies für beton eis beton eis beton haben wir eigentlich ja weißen beton brauchen wir auch wenn ich mal hier wieder hin stelle auf jeden fall irgendwann ab aber so so was habe ich denn jetzt hier alles 850 ok so eigentlich voll geil so ähm tatsächlich zu fahren so 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 ich schon mal jetzt so ich so so geht eigentlich relativ schnell und die atmung ist tatsächlich ein bisschen aber einfach hier kurz eingehen hier krieg ich auch noch ist auch tatsächlich sogar zusammen sonst deckt mir eigentlich ganz geil hier so übrig geblieben ist schon sagen sehr viel kies ist hier unter uns alter habe ich jetzt ein ostens weg mir hier schwimmt auch überall tatsächlich kies rum so einmal einsammeln ja alles ja jetzt habe ich eigentlich wäre es auch schlauter sich irgendwie nicht zu haben wenn ich gerade davon rede dann funktioniert wahrscheinlich nur in java edition die ich auch habe muss halt nur bedrock spielen weil die alle zu arm sind halt wie gesagt pc zu haben aber nicht jeder hat die minecraft videos gehen auch immer ein bisschen länger als normale so langsam habe ich hier aber auch alles weg jetzt hier ist jetzt nichts mehr aber hier ist mir ist es tun hier ist aber kies sterbe ich sterbe ich sterbe ich nicht ich denke ich denke das reicht erstmal mehr finde ich jetzt hier nicht so so gehört kann man weggeschmissen werden ich meine immer wieder alle weg weil die Feuerstern kann man immer gebrauchen sowie die Federn auch nicht eine kann ich immer gut gebrauchen eigentlich okay gut dann muss ich mal kurz hier bei ihm reingehen um noch schwer zu machen weil das fehlt noch so stoppen das äh da ne Workbench hast du schon schwarzen so ich kann ihn auch auf den Rand geben danke so gut weil jetzt brauche ich noch ein Eimer aber das kann ich ja auch tun so ein Wassereimer brauche ich natürlich dafür so gut ich baue dann erstmal ein bisschen wieder hast du Schwarzpulver nee hab keins so bauen wir jetzt erstmal ach nee das ist ja kacka hier kann das hier nicht hinbauen das ist echt scheiße muss ich sagen muss auch mal bald wieder ein neues Schild machen 25 endlich äh warte wir machen das mal so wir platzieren das immer alles kurz so ein bisschen damit wir das hier platzieren können so äh bauen können aber Leute ich würde sagen das war es mit dem Video wenn es euch gefallen hat lasst denn Liken Abo und Kommentar da schaut außerdem auf mein Discord selber vorbei der ist unten in der Bibel Beschreibung verlinkt ähm ja aktiviert die Glocke damit ihr kein Video mehr verpasst auf den Traumaufentag haut rein Leute euer Asendo ciao 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 Bis zum nächsten Mal.